In dem Moment, wo man dann nicht alles mitmacht, dann beginnt ja schon der Grundrecht, die Grundrechtsverletzung, weil ich muss mir ja nicht vorschreiben lassen, mein Kind anders zu erziehen, als ich das möchte. Das ist ja mein Grundrecht, mein Kind so zu erziehen, sofern es im Rahmen natürlich des Kindeswohls ist.